Hey, Otter! Otter Fischer, Ottfried. Die fünf will ich auf jeden Fall noch verbauen jetzt. Das geht nicht so auf meine Leistung, finde ich gut. Ich fliege. Ich fliege. Was ist das? Alter. Jetzt hör doch mal auf. Alter Krücke, hör auf jetzt. Hör auf jetzt. Was? Alter. Was war das denn jetzt hier für ein Speedtrip hier? Was war das denn gerade für eine Aktion, ey? Die Rampen dürften jetzt eigentlich auch schon fertig sein. Dann bringen wir das mal eben so schnell zu Ende. 250. Aber die Brücke wird damit noch längst nicht fertig sein. Nee, nee. Auf gar keinen Fall. Ich kann in der Zwischenzeit... ...weitere Sandsteine... Ah, 25, ja, das ist... So, dann will ich mal hier schnell die Rampen verlegen, dann passt das. So, damit bin ich doch recht zufrieden. Und schon können wir auch wieder zurück. Zur Brücke. Das sind schon die 25 auch schon fertig. Das ist schon krass. So, du fliegst jetzt aber nicht so rum, ja? Alter, der flog mir aber guckenkontrolliert weg hier. Ich will eine andere Handkarre haben. So, das ist schon mal. So, wir haben ja alles. Und da sind jetzt ein paarめ Anna und Klaasen. Dann fahren wir dann noch mal hin. Okay. Okay, jetzt mal über sprayt. Also, ich will das auch mal, wenn du bist. Und da sind ja auch im Klaasen. Also, ich will das noch mal hin. Und dann warten wir mal. Und dann werden die Rampen Dansklaasen. Ja, bleibst du brav stehen, danke. Bist du brav? Bist du brav? Bist du brav? Ach komm. Könnte schon die gleiche Höhe sein hier. Da. Äh. Hey, fish. Äh. Hey, fish. Hey, fish. Hey, fish. Hey, fish. Hey, fish. Das ist grad so lecken muss wieder. Bin ich schon wieder viel zu lang dran hier? Lang dran. Normalerweise kann ich hier keine Brücke bauen, ohne Säulen davor gesetzt zu haben. Wer eigentlich logisch ist, müsste die Brücke doch auseinander brechen. Was glaubst du denn? Ja. Oh, ja. Autsch. Krieg ich was hin oder? Jawohl. Krieg ich was hin oder? 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 Oh, mich juckt es doch so sehr. Mano, dann geh ich mal waschen. Ja, morgen früh auf jeden Fall. Ja, los, so spät am Abend, da kann ich jetzt nicht durchgehen. Boah, mein Ringfinger tut irgendwie weh. Ja, ich glaube, da hat sich wieder so ein Nagel festgesetzt. Irgendwie hört sich dann wieder ein bisschen eitrig an. Ach, nee, so ätzend, ey. Leute mit Wurzelbehandlung kennen sicherlich das Gefühl, wenn Eide aus dem Zahn rausläuft. Oh, Alter. Alter, dann ist das Feuer, was die Zahn berührt, nichts mehr dagegen. Die Erfahrung hatte ich ja vor einiger Zeit ja noch gehabt. Da kann ich mich noch recht gut dran erinnern. Ach, da habe ich sogar noch mit dem Let's Play noch angefangen. Das war zu der Zeit noch. Alter, Fall. Das ist, wie die Zeit vergeht. Ja, genau, da war ich im Waldtempel. Und da hat mir passenderweise auch mal ein Handler bekämpft. In Twilight Princess. Da waren wir im Waldschrein. Genau, so war das. Ach, du Scheiße. Äh. Ja, genau, da war ich im Waldschrein. Ach, das ist ja schon der letzte Stapel. Schade, da muss halt die Restbrücke warten. Ich überlege mir noch, in welchem Abstand ich die Stützen setze. Ich denke, ich werde unten noch eine 6er Lage unten reinknallen. Unten dran heften und dann die Stützen in 6x2. Sehe eigentlich realistischer aus. Und dann alle 20 am besten. 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 Schade. Schade. Macht man nix. Wenn ich offscreen da natürlich hier weiter in der Mine Farm gehen. Steine eben. aber ich bin so gut wie drüben da ist schon bemerkenswert muss man ja sagen was wir allerdings machen können ist, wir könnten ja bei Viraxus schmecken gehen mal sehen wir, ob wir es noch in der Zeit schaffen überhaupt das sollte ich mal dann mal einschalten der ist ja auch nicht mehr weit hier 400 äh, falsche Richtung da lang mal gucken wie wir die Straße dann bauen ich denke die Straße dorthin überlasse ich im besten mal ihm oder weil ich habe ja weil er hat sicherlich schon einen Plan wie er das macht ich habe ihn ja auch natürlich schon eingeweiht das mit der Brücke und so weiter aber ich habe noch nicht gesagt dass ich die schon am bauen bin naja, die wird die ja gut, wenn die Folge rauskommt hat er die schon eh längst gesehen aber er weiß davon er war einverstanden mit dem Plan wie ich die Brücke baue ne und wo ich die Brücke baue damit war er ja schon einverstanden ist das gerade und erträglich hier man schlägt sich ja gerade so durch, wa? so ein Gezederer ey, das ist ja echt hier ne das Untergang der Untergang ja, das kann ja lustig werden für Viraxu wenn wir wenn er hier durchbrucht durch diesen Wald da ne wenn er da wirklich durchbrechen will aus diesem Wald hier ey boah das ist schon heftig ey also beim besten Willen das wird eine Herausforderung das wird eine Herausforderung boah, ich warte mal hier am besten bis die Chunks neu geladen sind oi, 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 oi da wird ja auch immer höher, ha? ach du Scheiße das ist ja schon voll ein Palast da steht ja seine olle Krücke hier Viraxu Mobile da kommt man nicht rein aber hier, ah sein Tunnel hat er ihn schon ein weitergebaut? oh, ja sieht gut aus da hat er recht gut weitergebaut hier ah no ne, ähm ja sieht gut aus und da bricht er anscheinend durch das ist ja krass der ist schon weit gekommen aber gut gucken wir hier ein bisschen um da kann man wahrscheinlich nicht rein hat er alles abgeschlossen der Spritzer na gut dann bleibt bleibt es unserem Let's Play erstmal verwehrt weil ich will nicht mehr Flugmodus anmachen wenn ich es nicht muss gut, kann man nichts machen außer heim gehen na gut aber das alles sehen wir in der nächsten Folge ich werde da erstmal heim gehen dann ein paar Steinefarben natürlich für die Brücke die müssen wir ja auch mal also will ich jetzt auch in naher Zukunft zu Ende machen klar okay will ich hoffen dass ich auch noch einiges für und für die Mühle dann fertig habe also wir haben noch einiges zu tun Leute bis zur nächsten Folge macht's gut gut